Herzlich Willkommen hier beim Kanal zum Erfolg und in diesem Video möchte ich mal auf meine Amazon Umsätze und Einnahmen drauf eingehen. Ihr seht schon, das ist ein Screenshot aus dem Seller Central, ja mehr wird jetzt auch hier heute nicht zu sehen sein, den erkläre ich kurz und gehe dann noch auf die zukünftige Entwicklung ein. Das Datum hier ist der 21.03. bis zum 21.04. wie ihr sehen könnt, also genau 30 Tage, also einen Monat lang. Das war jetzt auch der erste richtige Monat, wo ich angefangen habe auf Amazon zu verkaufen. Und insgesamt wurden 241 Einheiten bestellt, was echt sehr viel ist, so viel hätte ich definitiv nicht erwartet. Im Durchschnitt wurden hier auch 1,05 Einheiten bestellt, das heißt es wurde sogar bei manchen Bestellungen mehr als nur ein Produkt gekauft, was schon mal ein super Zeichen ist. Insgesamt habe ich einen Umsatz von 4.369 Euro gemacht. Und hier muss man natürlich jetzt auch die Promotionen abziehen, also die Produkte, die ich verschenkt habe, die sind natürlich hier noch im Umsatz mit inbegriffen. Das heißt, das waren ca. 30 Produkte, das heißt insgesamt habe ich 211 Einheiten verkauft. Davon sind natürlich auch einige Einheiten mit Pay-Per-Click, aber insgesamt lagen meine Pay-Per-Click-Kosten hier glaube ich bei, ich glaube das waren zwischen 100 und 150 Euro, also jetzt auch kein, ja sage ich mal, kein extremer Verlust in der Hinsicht. Ja, insgesamt ja der Umsatz, wenn man das mal so herunterrechnen würde, auf den wirklichen reinen Gewinn, da muss man natürlich noch den Umsatz rausnehmen, den ich sozusagen durch die verschenkten Einheiten hier mit drin habe. Und so habe ich das mal ausgerechnet, komme ich hier auf ca. 1500 Euro wirklich rein gewinnen, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ganz, ganz genau habe ich das hier nicht ausgerechnet. Und das ist wirklich schon mega extrem, also ich bin fast break-even nach nur einem kompletten Monat, wenn man das mal so sehen würde. Also echt mega genial das System und ich bin hier eigentlich reingestartet mit einem Ziel von 5 Einheiten pro Tag und das habe ich jetzt schon im ersten Monat übertroffen und das relativ deutlich und ich denke, dass hier extrem viel Potenzial für die Zukunft drin liegt. Ihr seht schon, jetzt habe ich 4.369 Euro Umsatz gemacht. Wenn ich das Ganze jetzt hochskaliere auf 10, 20 Produkte, mit 10 Produkten würden wir ja schon bei 44.000 Euro Umsatz liegen, was dann ja, sage ich mal, ein Gewinn von mindestens, also auf jeden Fall über 10.000 Euro entsprechen würde. Was wirklich, ja, ich kein anderes Geschäftsmodell kenne, wie man sowas so schnell und so hoch skalieren kann. Also ich bin selber mega überrascht, ich hätte sowas nie erwartet und wollte das System eigentlich testen. Fand es am Anfang schon super, aber dass es so krass funktioniert, hätte ich echt nicht gedacht. Und jetzt kommen ja, wie gesagt, noch mehrere Produkte hinterher und deswegen denke ich, wird sich das Ganze noch sehr, sehr schnell höher skalieren können und mein Umsatz wird sich deutlich erhöhen und das Ganze wird natürlich wie immer reinvestiert, dass ich halt mehr Produkte direkt raushauen kann. Ja, also wirklich, ich ziehe hier nichts raus, es wird sich alles wieder, es wird alles wieder reingesteckt, dass sich das Ganze sehr, sehr groß auszieht. Und zur Frage, ob ich sowas vielleicht öfter mache oder in den nächsten Monaten oder jeden Monat sogar erwähne und euch zeige, das werde ich definitiv nicht tun, weil ich einfach persönlich da kein gutes Gefühl habe. Ich finde, dass sich das jetzt schon so ein bisschen unangenehm anfühlt, zu offen zu sein. Das ist natürlich sehr interessant und ich finde das auch super interessant als Zuschauer, aber persönlich habe ich hiermit irgendwie kein wirklich gutes Gefühl und werde das deswegen auch vielleicht nur ab und zu mal machen, aber definitiv nicht monatlich, aber werde euch natürlich auch was Genaueres zu meinen Zahlen mal sagen und auch zu meinen Höhen und Tiefen, was wirklich dann schiefgelaufen ist, wo der Fehler lag und was mega gut läuft und dort auch mein Wissen teilen. Denn ich denke, letztendlich möchte ich hier guten Content liefern, Leuten helfen, das gleiche, also den ersten Schritt zu machen, sein erstes Produkt hier an den Start zu bringen und dann auch solche Erfolge zu erzielen. Ich denke, wenn man das einmal jetzt durchlebt hat, das ist das Allerschwerste und der Rest ist wirklich ganz, ganz einfach, weil wir haben die ganzen Schritte im Kopf, wir kennen das System und jetzt kann man wirklich skalieren und hier richtig Geld reinstecken. Man sieht, dass es funktioniert und man kann das sehr, sehr gut weiter ausbauen. Das heißt, ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, wenn ich hier das jetzt nicht öfter mache. Ich denke, dass das letztendlich keinen Mega-Mehrwert bietet. Ich gehe halt hier nur auf Zahlen drauf ein. Es ist zwar interessant, aber letztendlich finde ich sowas schon ziemlich privat und möchte ich auch so gerne nicht immer offenlegen, da man sich ja auch relativ kontrolliert fühlt. Wenn ich das jeden Monat mache und es klappt mal irgendwann nicht so gut, dass dann natürlich zwar, ja, es ist zwar normal und das ist auch gut so, dass man sowas mal sieht, aber ich denke, sowas kann ich auch einfach erwähnen und dafür braucht man nicht die ganz genauen Zahlen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich konnte euch hier vielleicht ein bisschen motivieren, dass ihr jetzt wirklich durchstartet mit eurem ersten Produkt. Ich habe hierzu einen kostenlosen Videokurs gemacht, den ihr hier unter dem Video schon mal findet, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid. Dazu wird es auch morgen im morgigen Video noch eine genaue Ankündigung und Erläuterung geben. Ja, das sind 90 Minuten an Videomaterial mit wirklich geballtem Wissen. Also checkt das aus, tragt euch da ein und dann kriegt ihr den Zugang dafür. Und ich freue mich auf die nächsten Videos und auf die zukünftige Entwicklung dieses Kanals und meines Unternehmens. Und ich hoffe, ihr fangt jetzt an und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020